Der Käfer und der Golf haben Mobilität demokratisiert, nicht nur in Deutschland, in ganz Europa. Mein erstes Auto war ein Käfer Cabrio. Ich hatte das obligatorische Schild, Golf Cabrio, nein danke damals, das hatte jeder Käfer Cabrio Fahrer. Heute fahre ich Golf Cabrio und finde es total cool. Manche brauchen einen Moment, um zu sehen, es ist ein Oldtimer, aber wenn sie ihn erkennen, dann gibt es Daumen hoch. Für viele Jüngere ist das eben das Auto ihrer Jugend, deshalb finden sie es wahnsinnig reizvoll und du fährst irrsinnig bequem. Das ist ein Reise-Grand Tourismo allererster Klasse, wenig Windgeräusche, wir unterhalten uns gut, wir cruisen, perfekt. Das ist ein Reise-Grand Tourist.